so leute da sind wir wieder bei red alert 3 ja etwas längere pause hatten wir jetzt wir sind einfach in letzter zeit nicht wirklich zum spielen gekommen aber gut ich gehe mal davon aus dass wir heute einfach mal die kampagne mit der aufgehenden sonne beenden und hoffentlich dann mit diesem spiel abschließen können damit ich danach mit 3 upreisen weitermachen kann ich habe eigentlich mit dem aufnehmen schon angefangen ich lade das ganze nur erst hoch wenn wir das hier fertig haben ich brauche die berichte von gestern dein androiden spion hat sich als sehr nützlich erwiesen mein sohn danke vater ist das der sowjetische wissenschaftler der damit den alliierten spricht sr ich habe eine zeitmaschine entwickelt das soll wohl ein witz sein oder wir haben das überprüft mr president er sagt die wahrheit naja die sowjetunion war am rande der niederlage und während wir reinsteigen der zeit zurück und änderten alles was soll das heißen wir haben das raumzeit kontinuum verletzt und damit die zukunft geändert sehen sie das reich der aufgehenden sonne hätte nie existiert nein wenn wir nicht mit der zeit gespielt hätten mr president geht es ihnen gut sagte er das reich der aufgehenden sonne hätte niemals existiert mr president mr president das reich hätte niemals existiert wenn das schicksal geändert werden kann einfach so wenn die zukunft verformbar ist dann gibt es keine göttliche vorsehung das alles bedeutet nicht mr president bitte sagen sie uns was wir tun sollen oh mein gott was passiert da unser spion ist nicht mehr general eure hoheit wir fangen gerade eine reihe von übertragungen ab zwischen den alliierten und den sowjet sie sind dabei eine streitmacht zusammenzustellen um uns anzugreifen sowjets und alliierte zusammen wir hätten die sowjets neutralisieren sollen genau wie jeden einzelnen alliierten soldaten ich ich verstehe nicht ich hätte auf dich hören sollen mein sohn meine zeit ist vorbei dazu ich gebe dir die volle kontrolle über das schobunat bitte du musst unser reich retten mein sohn ja vater die lage ist sehr sehr ernst commander alliierte und sowjetische truppen haben weite teile des hafens von yokohama besetzt sie müssen den hafen zurückerobern und den feind vertreiben um ihnen zu helfen bewilligen wir die nutzung unserer psikomando yuriko enttäuschen sie uns bitte nicht commander die alliierten haben sich überraschend mit den sowjet verbündet um uns zu überwältigen das fieb wohl so unter dem motto ich habe kein pocket mehr macht du mal weiter erhobern sie unsere belagerten militärischen vorposten zurück keine verbesserte luftfahrt auf dem vindicator drauf die alliierten kontrollieren den hafen und die belagerung steht kurz bevor wir haben nicht viel zeit bis unserer infrastruktur hier verloren ist beeilen sie sich die meisten alliierten haben yuriko omega nichts entgegen zu setzen aber selbst sie kann überwältigt werden ich stehe über ihn mit ihrer psionik entladung kann yuriko machst du oder soll ich ja mach du das ist das von bedeutung feindliche einheiten entdeckt wo sind denn alle ist schon einheiten schon bieren ist toll nur weg von hier wo sind denn alle jetzt bin ich dran ist schon Pause darauf habe ich gewartet darauf habe ich gewartet wo sind denn alle braucht man gar nichts wir müssen in die andere richtung glaube ich ist das von bedeutung feindliche einheiten entdeckt ist schon Pause wo sind denn alle wo will die denn ach so ich hab auf die brücke geklickt ich bin nicht verrückt ich stehe über ihnen nicht verrückt ich bin nicht verrückt ich bin nicht verrückt sie werden alle bezahlen gut dass wir noch ein help packet sie sind nichts gut ist dass wir jetzt ein paar shinobi haben die erledigen die infanterie leiten da mitnimmt aber er wird angegriffen die anderen Stützpunkte müssen wir auch noch aufräumen die anderen Stützpunkte müssen wir auch noch aufräumen Ist das von Bedeutung? Mein Geist ist wach. Eine Einheit wird angegriffen. Ich bin nicht verrückt. Wir haben das Gebäude erobert. Wir haben eine unserer vorgeschobenen Basen zurückerobert. Unser Stützpunkt wird angekündigt. Ich habe meine Gebäude. Jetzt müssen wir deine Basen noch zurückerobern. Repariert. 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 Lasst ihn schon mal laufen. Einheit verloren. Ich stehe über ihn. Ich bin nicht verrückt. Ich stehe über ihn. Wo sind denn alle? Sie werden leiden. Sie wissen nicht, wie das ist. Feindliches Gebäude erobert. Noch eine vorgeschobene Basis. Nur weg von hier. Hey, was machen wir denn jetzt? Repariert. 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 Ach, da ist ja noch etwas. Das war ja auch da oben aus dem. Das reicht. Sie haben es sich selbst zuzuschreiben. Eine Einheit wird angegriffen. Die Rekord ist schon manchmal praktisch. Jetzt müssen wir dann langsam unsere Bauhäufe kriegen. Die Verstärkung ist unterwegs, Commander. Sie müssen die Stützpunkte halten, solange bis sie eintrifft. Dann baue ich mal ein paar U-Route. Und jetzt repariert deine Gebäude ein bisschen. Die sind alle ein bisschen beschädigt. Sie werden alle bezahlt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Repariert. Ein Sammler wird angegriffen. Repariert. Unser Verbündeter wird angegriffen. Sie werden mich fürchten. Sie werden nicht mehr gehen. Irgendwas macht mir meine Regie kaputt. Was gibt es? Oh, Mann. Was ist denn die Angegasmist? An den Luftzweckträger, also. Sie werden uns nicht mehr stören. Mein Geist ist wach. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ob Sie mit mir spielen wollen? Sie werden leiden. Mal sehen, was Sie zu sagen haben. Eine Einheit wird angegriffen. Ist schon Pause? Nur weg von hier. Ich hasse Sie. Mein Geist ist wach. Wo sind denn alle? Ist schon Pause? Wird gebaut. immer wieder toll, dass man eine Gänsearmee mit einem Schulmädchen aufhalten kann. Drei Minuten müssen wir noch durchhalten. Ich habe einen Punkt. Ich bin ja nicht der Nahrer. Ich bin ja nicht der Nahrer. Ich bin der Nahrer. Ich bin der Nahrer. Ich bin der Nahrer. Und die Nahrer. Ich habe mich auch von ihm in Deutschland zu tun. hat seine auch ein sternrang oder sie wissen nicht wie das ist aber bald sie sind nichts und das stützpunkt angegriffen da Ich habe ein paar Mini-Uboote in Yuriko. Eine MEG-Plattform hat keiner von uns, oder? Ne, du hast eine. Du könntest sogar ein paar Abfangjäger oder ähnliches bauen. Wir haben in der Mission noch ein kleines Zeitlimit, wenn ich mich nicht täusche. Kommen du Flugzeugträger auf dich zu? Na gut, du hast Schuck-und-Schlachtschiffe. Und deine Yuriko hat jetzt auch einen Stern. Wird gebaut. Sie wissen nicht, wie das ist. Unser Verbündeter wird angegriffen. Voll gemein. Die Verstärkung ist da. Gute Arbeit. Unsere MBF und Nanokerne sind über die südlichen Kanäle eingetroffen. Magnetform-Kern. Raffinerie-Kern. Die Alliierten haben einige Relais-Stationen aktiviert, die unsere Kommunikation stören. Neue Bauoptionen. Bau abgeschlossen. Raffinerie-Kern. Stationierung zuordnen. Magnetform-Kern. Zielpunkt erfasst. Wird gebaut. Der Tag des Shoguns ist gekommen. Raffinerie-Kern bereit. Transportieren. Stationierung zuordnen. Bestimmt. So. War. Zentrale. Schön, dass Sie sich melden. War. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ich heiße Yuriko. Also wir haben jetzt 15 Minuten Zeit, bis wir die Mission beenden müssen. Oder zumindest bis wir die ganzen Hauptzieger kaputt machen müssen. Sie werden mich fürchten. Wo ist mein drittes zu dem Schlagenschaft? Wird gebaut. Feindliche Einheiten Ende. Wir dürfen übrigens Psi-Dezimator bauen. Mato-Kern. Bereit. Bereite Kernstationierung vor. Ja. Bau abgeschlossen. Irgendwelche Erzlagerung. Unzureichende Mittel. Der Tag des Shoguns ist gekommen. Wo ist es denn? Du hast übrigens auch noch... Also ich mein, du hast auch einen Bauhof bekommen, oder? Wo ist mein Bauhof? Also... Äh... Südlich von deiner... Südlich von deiner Basel hast du auch ein... Paar Nano-Kerne bekommen, die du ausbreiten kannst. Und du hast außerdem ein paar Erz-Raffinerien, die du da neben dir noch einnehmen kannst. Ich habe meine zwei schon geschnappt. Sie werden alle bezahlen. Ich habe mich entschieden. Ganz im Süden von der Karte. Hast du zwei Erz-Raffinerien. Wer braucht schon Freunde? Ob sie mit mir spielen wollen? Sie werden uns nicht mehr stören. Mal sehen, was sie zu sagen haben. Wo sind denn alle? Ein Cryo-Copter weniger. Wir besiegen sie. Eine Einheit wird angegriffen. Sie werden alle bezahlen. Die Nanoschwarm unterbricht. Vorübergehend den Countdown dieser Relais-Stationen. Feindliche Einheiten entdeckt. Das ist mir netterhin, weil ich mach das einfach mal. Mal kurz den Timer anhalten. Ein Sammler wird angegriffen. Oh. Das ist ja nicht mehr, was der hinterher gemacht hat. Unsere Langstreckenkeller haben eine sowjetische Streitmacht geortet. Hat Ihnen mein Auftritt gefallen. Warten Sie, bis Sie den Abgang sehen. Ihren Abgang. Repariert. Sie wissen nicht, wie das ist. Angriff vorbereiten. Wer braucht schon Freunde? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Warnung. All seine Vorhänge geortet. Neue Bauoptionen. Wollen Sie nicht hier rüber kommen? Testen Sie doch Ihre Kräfte gegen mich. Kraft hab ich reichlich. An die Geschütze. An die Geschütze. Sie sind nichts. Nur weg von hier. Mal sehen, was Sie zu sagen haben. Ich hau mal die zweite sowjetische Marine Basis kaputt. Eine Einheit wird angegriffen. Darauf habe ich gewartet. Feindliche Einheit wird angegriffen. Ich bin nicht verrückt. Da ist ein Eier. Ist schon Pause? Wie stehen wir jetzt direkt? Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich heiße Yuriko. Ziel wählen. Sie werden leiden. Sie werden leiden. Ich bin nicht verrückt. Ob Sie mit mir spielen wollen? Sie werden leiden. Eine Einheit wird angegriffen. Nur weg von hier. Ich stehe über Ihnen. Sie sind nichts. Ich habe euch gearmt. Ob Sie mit mir spielen wollen? Mal sehen, was Sie zu sagen haben. Nur weg von hier. Ähm. Warte. Da steht schon. Verteidigung. Das machen wir mal lieber nicht. Ob Sie mit mir spielen wollen? Unzureichend bemüttelt. Sie werden leiden. Ich bin nicht eine Einheit. Ich kann nur, was Sie mit mir spielen wollen. Juriko Gegler komplett rampaged durch ihre Base durch. Mal sehen, was Sie zu sagen. Da wird angegriffen. Ich habe. Etwas hasse ich aus ganzer Seele. Gemeine Betrüger, die voller Hinterlist sind. Ich dachte, die Japaner hätten so etwas wie Ehre. Psydezimator bereit. Unzureichend bemüttelt. Eine Erzlinie. Ich habe mich entschiegt. Ich muss mich erst mal wieder an den guten Fass mit mir gewöhnen. Eine Einheit wird angegriffen. Und das wird lustig. Obwohl ich darin ja noch nie... Boom. Mal sehen, was Sie zu sagen haben. Ach ja. So ein kleiner Psydezimator. Dafür habe ich mich auf den weiten Weg aus Russland gemacht. Na gut. Kämpfen Sie wenigstens. Unzureichende Mittel. Unser Verbündeter wird angegriffen. Boah, der hat ja kurzen Prozess mit denen gemacht. Verdammt. Sie werden mich fürchten. Eine Einheit wird angegriffen. Die Kudos. Die Kudos. Die Kudos. Die nosen. Die Kudos. Verweigend. Die Kudos. Unzureichende Mittel. Feindliche Unterstützung entdeckt. 40% A, nur, sich noch ein bisschen vor mir. Einheit kann oben. Nicht gefährden. Sieelt errand. Also wieder hekt. Die Gäber. Der hat ja schon. Die Meisterdatz läuft. Die Start. Versteigert. Versteigert. Unvorreichende Mittel. Eine Einheit wird angegriffen. Schlauze. Schalt hier aus. Feindliche Einheiten entdeckt. Bar Minus. Versteigert. Versteigert. Feuer, seid unterwegs. Stopp sich. Einsatzstil erreicht. Unvorreichende Mittel. Das war eine Niederlage für uns. Aber es ist noch nicht vorbei. Bonusziel erreicht. Alle sowjetischen Toren. Bonusziel auch noch erreicht. Das Bonusziel am Ende von der Mission noch gekriegt. Jawohl. Was ist noch nicht so, dass ich mich 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 nicht so, dass